Halli und Hallöchen liebe Freunde, zurück zu Unravel. Ja, heute schauen wir wieder mal in ein neues Level und zwar, wie viel ist genug? Schauen wir mal wieder was mit Wasser zu sein wahrscheinlich. Guck mal. Wasser und ich, wir sind ja nicht so gute Freunde hier in dem Spiel. Stopp. Omradet vor ebitrat, was beträht das? Ei, ei, ei. So schnell kann ich das aber nicht lesen, Freunde. Oh. Ey. Ach ja, stimmt, der hat das, der hat das das letzte Mal geklaut, ne? So, was haben wir hier gleich für eine Erinnerung? Aha. Hier ist Polizei gewesen scheinbar und ein Typ. In einem Anzug. Hm. Kann ich schon wieder irgendwas übersehen? Was ich mitnehmen muss? Ah ja, die Dose. Hopp. So, off geht's. Hopp. 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 Okay, das ist auch schon der erste Checkpoint. Interessant. So, ist hier unten irgendwas? Ja, da ist tatsächlich was. Ich frag mich halt. Ich frag mich halt. Oh Gott. Okay. 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 Also das kapier ich jetzt noch nicht ganz. Da ist wahrscheinlich auch irgendein Geheimnis wieder dabei. Aber ja. okay. Okay. Okay, können wir noch ein Stückchen runter? Hopp. Und hopp. Hopp. So, da ist der nächste Checkpoint. Sehr cool. Jawohl. Okay. Hopp. Hopp. So, müssen wir jetzt da unten lang oder nicht? Wahrscheinlich schon, hä? Okay. Okay. Bisschen weiter runter noch? Ja. Okay. Eins. Zwei. Drei. Oh Gott. Ah ja. Ist auch noch was. Irgendwann ist was, wenn ich da... Hopp. Ah. Ein Geheimnis haben wir schon mal. Ist sehr cool. Okay. 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 Dann würde ich sagen, geht's weiter. Kommt hier gleich wieder was? Ah ja. Okay. Hier. Und... Hier wahrscheinlich. Und dann hier rein. In die Judestube. Okay. Ich geh mal davon aus... Ja. Dass wir nicht... Oh Gott. Dass wir da nicht runter sollten. Die Frage ist halt nur... Was jetzt? Aha. Oh ne. Oh. Oh ne. Ich glaub... Ah doch, die tun mir was. Okay. Ich wollt grad sagen, die tun mir vielleicht nix. Aber die tun mir was. Die Frage ist halt tatsächlich... Muss ich... Was... Wo muss ich hin? Ähm... Ja. Aber diese Kakerlaken... Die sind doch schon nicht cool, ne? Ne. Hä? So rüber da. So. So. Weil ich mein, irgendein... Sinn muss doch... Dieser Stuhl haben. Oder? Ne, der ist doch nicht umsonst da. Okay. Aber... Ne. Okay. Also ich denke, ich brauch den Stuhl. Die Frage ist halt nur... Wie komm ich mit dem bis dahin? Weil ich mein... Schieben kann ich den nicht wirklich. Hab ich den Eindruck. Aber ich brauch den. Das... Habe ich jetzt schon verstanden. Weil wenn die Licht sehen, hauen die ab. Genau. Nein! Oh, ich war fast da. Okay. Ich hab aber das Prinzip jetzt mittlerweile verstanden. Ne. Du sollst ja nicht hoch. Du sollst dich hier ranschwingen. Und jetzt da... Los geht's. Noch ein Stückchen. Schieben. Schieben. Ach, ne. Okay. Okay, ich merk schon. Wir brauchen... Ne. Ne. Ne, 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 ne. Nicht cool. Okay, wir müssen... Auch nicht. Mein Gott. Wir müssen zeitig abspringen. Äh, spät abspringen. Aber... Jetzt. Okay. So. Ruff da den Lack. Weg damit. Hä? Mach das Ding an. Hä? Na, kommen die doch gleich. Wie soll ich denn da... das schaffen? Also, ich mein... Ich mein, guck dir das mal an. Ja? Ich hab jetzt mittlerweile verstanden... Dass ich hier rüber muss. Und dass ich den Stuhl brauch. Das hab ich auch verstanden. Das hab ich jetzt alles mittlerweile verstanden. So. Jetzt gehen wir mal hier hoch. 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 Alter. Kannst du jetzt mal auf diesen Kackstuhl klettern oder was? Okay, 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 okay. Ja, 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 ja. 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 Noch ein Stück. Noch ein Stück. Und hoch. So. Da nehm ich hoch. Okay. So. Lass mal umstupsen hier. Halt. Och, hab ich wieder runterfallen. Ah ja. Okay, okay, okay. Hopp. Nee, kann ich den? Nee, den kann ich nicht entschieben. Okay. Aber ich kann den... Warte, ich mein, was bringt der mir, wenn der jetzt da steht? Nichts. Eigentlich nichts, oder? So. Mal runter hier. So. Das mal da festmachen. Aber ich mein, das bringt mir doch nichts hier. Oder? Irgendwann ist was? Will ich den mitnehmen? Ne. Also eigentlich ist es sinnlos. Richtig? Richtig. Alter. Manchmal ist der aber auch ein richtiger Bewegungsspastiker. Hm. Ne, so funktioniert es nicht. Okay. So funktioniert es also nicht. Soll ich jetzt ziehen? Ne. Ich muss das hochkriegen. Das habe ich schon verstanden. So, und du gehst jetzt auch mal nach oben, bitte. Danke. Okay. So. Okay. So wurden... Mein Gott, jetzt geh aber auch mal da runter. Hallo, hoch da. Mein Gott. So, und jetzt raus hier aus dem Cracker Larkness. Mist. So. Da ist die Crear. Oh, okay. Hä? Wie soll ich denn so schnell da hochkommen? Okay. Okay, wir warten einfach nochmal aufs nächste. Weil hier kann ich ja nicht... So, und jetzt. So, und weiter. Och. Immer zwei, oder was? Och. So, wir warten jetzt nochmal. Eins. Zwei. Und los. Und los. Oh. Geduldsspiel ist wieder incoming hier. Mensch, hoch da. Eins. Zwei. Und los. So. Eins. Zwei. Und los. Hä? Wie soll ich das denn so schnell da hinschaffen? Wenn du mir eine Sprinttaste gibst, dann mache ich das. So. Eins. Zwei. Und los. So. Dann gehen wir jetzt halt mal nach links. Eins. Zwei. Und los. Och. So. Können wir noch ein bisschen runter? Danke. Nein. Hoch. Och. Mein Gott. Jetzt hol dir doch das doch endlich mal. Könnte doch nicht so schwer sein. Ja, also. Halleluja. So. So. Hier ist zumindest noch mal so ein Ding. So. Dann haben wir das hier. So. Wir warten jetzt. Noch mal. Eins. Okay, dann kommt eine lange Pause. Okay. Eins. Zwei. Und dann kommt noch einer. Und dann kommt eine lange Pause. Genau. So. Eins. Zwei. Kurz warten. Drei. Drei. Und jetzt los. Okay. So. Erster. Dann kommt der kurze. Dann kommt der mittlere. Und los. Und los. Oh. Mein Gott. Das ist eine schwere Geburt. So. Hopp. Huch. Hey. Ähm. Will ich das? Ja. So. Checkpoint. Okay. Okay. Da will ich nicht hin. Ich verstehe. Da will ich nicht hin. Uff. Okay. Danke. So. Nächster Checkpoint. Okay. Hä? Wait. What? Wo soll ich hin? Wo soll ich hin? Oh Gott. Oh. Okay. Äh. Okay. Geht das? Ja. Okay. Das geht. Nicht schwingen. Nicht schwingen. Nicht schwingen. Ähm. Äh. Oh Gott. Och. Erstmal Checkpoint. So. Gleich wieder mitnehmen hier. So. Kommen wir oben drüber? Ja. Wir kommen oben drüber. Okay. Sicher? Ja. Okay. Okay. Oh Gott. So. Hoch. Ähm. Nein. Mist. Das war nicht gut. Okay. 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 Wir warten einfach mal. Und. Hoch. Jawohl. Ach. Gott. Wir doch da einfach. Okay. Wir warten mal. Einmal ist es hoch. Hopps. Hopp. Nee. So auch nicht. Okay. Äh. Nee. So funktioniert es nicht. Ah ja. Da fahren wir gleich noch was Geheimnis holen. Okay. Ach. So. Und jetzt. Where I have to go. Wie komme ich da hin? Geht's ja das hier nicht? Nee. Okay. Da soll ich auch nicht hin. Hä? Dann komme ich hier einfach wieder runter oder was? Dann komme ich doch genau dahin, wo ich schon mal war. Dann komme ich doch wieder zurück an den Anfang. Hä? Hä? So. Hoch da. Schleudern. Hoch. Aber wo dann hin? Hä? Hä? Oh nein. Dumm. So. Nee. Noch nicht. Vielleicht muss ich da gar nicht hin. Aua. Hopp. Ah. Hoch. Hier hin. So. Hoch damit. Und dann. Ah ja. Das kann man auch schieben. Und weiter. Ah. Okay. Ich verstehe. Ich verstehe es. Heiliger Ruder. Hopp. So. Hoch damit. Genau. Nächster Checkpoint. Sehr gut. Oh Gott. Das war aber knappi. Ich glaube ein bisschen mehr Schwung hätte es auch gemacht. So. Aber wir haben es geschafft. Ah ja. Okay. Dann gehen wir jetzt. Aua. Ah. Okay. Jetzt hat sie es liegen gelassen. Okay. 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 Und noch eine Erinnerung. Kloppen die sich hier oder was? Oha. Freunde. Gewalt ist aber keine Lösung. So. Was haben wir hier? Kriegen wir das was? Nee. Kann ich da rein? Lol. Ah. Warte mal. Ah ja. Ah ja. Ah ja. Ah ja. So. Rande an den Lachs. Genau. Ähm. Ja. Hören wir mal hoch hier wieder. So. Und wieder raus. Okay. Ich habe den Strom also abgeschalten. Alles gut. Okay. Abs. Jawoll. Damit haben wir es. Endlich. Neue Fotos. Endlich die Krabbe geholt. Nice. So. Gucken wir doch mal. Hinein. Endlich die Krabbe. In das jute Stück. So. Wie viel ist genug? Die Ritter stellten sich als Plünderer heraus. Ihre Versprechen waren leer und der Prozess war toxisch. Jetzt gehen unsere Kinder in den Süden und die Alten bleiben zurück, um die Wunden zu pflegen. Ah. Okay. Der kam so als Heilsbringer und eigentlich hat er den übelsten Mist gemacht. Scheißdreck. Er hat quasi die Ressourcen ausgenutzt und dann ging wahrscheinlich irgendwas schief, ja. So wie hier der ganze Abfall ins Abwasser. Ach du Scheiße. Okay. Krass. Aber. Freunde. Wir gucken mal wie es weiter geht. In der nächsten Folge von Unravel. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da. Und ich sage tschüss. Bis dahin. Bleibt geschmeidig. Bis dahin.